Hallo und herzlich willkommen! Wir reden heute über die zweite Erweiterung zu Dune Imperium, Dune Immortality. Und wie ihr seht, ist die Schachtel eine ganze Ecke kleiner, der Inhalt ist aber trotzdem sehr interessant, weswegen ich euch jetzt dazu eine Übersicht geben werde. Ich setze dabei allerdings voraus, dass ihr grundsätzlich wisst, wie Dune Imperium funktioniert. Falls das Spiel euch insgesamt noch nicht bekannt ist, schaut euch gerne das entsprechende Video auf diesem Kanal an, wo ich euch einen Überblick über die Regeln, Mechaniken und so weiter von Dune Imperium gebe. Wir starten jetzt aber direkt in den Überblick und schauen mal auf die neue Top-Down-Kamera, die hoffentlich alles soweit gut funktioniert. Und ihr seht direkt einige Unterschiede. Wir haben hier drüben einen neuen Spielplan-Teil, der hinzugekommen ist. Und hier ist eine zweite Reihe dazugekommen mit neuen Karten, die potenziell in eurer Deck gekauft werden können. Wir fangen hier drüben an bei diesem neuen Spielplan, dem Bene-Tleilax-Spielplan, der sowohl eine neue Rufleiste mit sich bringt. Wichtig! Das gilt allerdings nicht als Rufleiste im Sinne von bestimmten Kartenfunktionen. Das ist sein eigenes Ding. Und wir haben hier die Forschungsleiste, auf der ihr euch in einem bestimmten Weg bewegen könnt. Da könnt ihr Entscheidungen beitreffen, um diese Boni abzugreifen und dann entsprechend vor allen Dingen hier diese Präparate zu sammeln. Die werden wichtig sein, um die zweite Kartenreihe hier bekommen zu können. Wie bewegt ihr euch darauf vorwärts? Das ist ganz einfach. Wir haben hier diese neuen Startkarten, die zwei der alten ersetzen, die ehrlicherweise langweiligsten, die einfach auf dem Wüstenplaneten rumgefahren sind. Und die haben jetzt dieses neue Forschungssymbol, das Mikroskop. Und wenn ihr dieses Symbol ausspielt, als Agentenzug natürlich, dann könnt ihr euch auf der Forschungsleiste voran bewegen. Und beim ersten Schritt gibt es noch keine Entscheidung. Danach könnt ihr aber immer überlegen, ob ihr in eines der oberen oder in das untere Feld wechseln wollt. Ihr könnt niemals gerade nach oben oder wieder zurückgehen. Das heißt, es geht immer voran, aber ihr habt immer eine Mikroentscheidung zu treffen, wo ihr lang wollt. Und es wirkt sich natürlich auf eure zukünftigen Entscheidungen aus. Ihr bekommt hier zum Beispiel diese Präparate, von denen ich glaube ich schon geredet hatte. Und diese kleinen Präparate sind die neue Währung, mit der ihr in der neuen Reihe die Karten kauft. Dazu dann später mehr. Der Scarabeus steht dabei für die Rufleiste hier oben und kann ebenso auf Karten vorkommen. Ihr seht außerdem noch eine Unterteilung hier in zwei verschiedene Bereiche. Also einen ersten Bereich, einen zweiten Bereich und dann das Ende. Und dort unten seht ihr ein Gen-Symbol. Dieses Gen-Symbol interagiert auch zum einen mit Karten. Es ist fast so, als hätte ich da was vorbereitet. Und zwar ist es so, dass Karten einen Effekt haben können, der stärker wird, wenn man mehr von diesen Symbolen hat. Also wenn man ein oder zwei von den Gen-Symbolen hat. Und das findet ihr zum Beispiel auch auf Intrigenkarten wieder. Außerdem könnt ihr Karten, die ihr aus der Bene Tlylax-Reihe, aus der Tlylaxo-Reihe erwerbt, mit Hilfe der Präparate, ab diesem Punkt dann auf euren Nachziehstapel legen, also direkt ans Spiel bekommen. Und später werden dann weitere Forschungssymbole, die ihr ausspielt, die ihr nicht mehr gebrauchen könnt, zu Karten-Nachzieh-Symbolen. Auf dem Spielplan selber hat sich nur eine Sache verändert. Und zwar ist das Forschungszentrum durch ein leicht verändertes Feld ersetzt worden, in dem wir nicht mehr drei Karten ziehen, sondern stattdessen ein Forschungssymbol dazu kommt, das uns auf der Leiste voranschreiten lässt. Das ist nur so eine kleine Änderung. Außerdem ist dieses Feld natürlich auch im Solospiel für die Rivalen anders ausgelegt worden. Und das führt uns zum nächsten großen Punkt, und zwar zu der neuen Reihe mit neuen Karten, die wir kaufen können. Und das sind streng genommen gar nicht drei, sondern sogar nur zwei, die man erwerben kann. Denn die oberste Karte, die zurückgewonnenen Truppen, die ist eine, die immer liegen bleibt, die ihr letzten Endes, wenn ihr sie kauft, nur für den Effekt ausgebt. Nämlich entweder zwei Truppen zu bekommen oder auf der Tleilaxu-Rufleiste entsprechend voranzugehen. Darunter sind die Karten, die immer durchbrotieren, wenn sie jemand kauft. Und die kosten ein bis vier von diesen neuen Ressourcen, von den Präparaten. Hier oben in der Ecke findet ihr die. Und da unten sind dann die entsprechenden Effekte. Die funktionieren ansonsten sehr ähnlich, beziehungsweise eigentlich fast identisch, zu den Karten, die ihr in der normalen Auslage kaufen könnt. Es gibt aber eine neue Mechanik, die ihr hauptsächlich bei diesen Karten findet werdet, aber auch einzeln tatsächliche neuen Karten für die Standardreihe. Und das ist die Koppelneigenschaft. Karten, die ein Feld mit Koppeln haben, können nicht alleine ausgespielt werden, sondern müssen zusammen mit einer anderen Karte ausgespielt werden. Das heißt, der große Unterschied zum normalen Dune und auch zu Rise of X ist, dass ihr jetzt einen Agenten potenziell mit zwei Karten entsenden könnt und damit auf zwei verschiedene Agenteneffekte zurückgreifen könnt. Oder ihr könnt eben auch die Flexibilität einer Karte erhöhen. Denn wenn ihr zum Beispiel jetzt hier diesen verderbten Mentaten nehmt, der übrigens mit vier entsprechend mächtige Eigenschaften mit sich bringt, könntet ihr dies mit einer Karte koppeln, die normalerweise nur zu Rufraktionen gehen kann und diese dann auf zum Beispiel Dune selbst spielen, um Kartak oder Arakin anzuspringen. Dabei darf immer nur genau eine Karte gekoppelt werden, aber es dürfen auch Koppelnkarten miteinander gekoppelt werden. Das heißt, zwei Karten, die Koppeln voraussetzen, können zusammengespielt werden. Ihr dürft aber nie mehr als zwei Karten gleichzeitig ausspielen. Und dann sind wir auch schon fast mit den Neuerungen durch. Es gibt nur noch eine Kleinigkeit letzten Endes zu erwähnen. Und zwar gibt es noch die neuen Family Atomics, also Familien Atomwaffen. Das ist so ein kleines Plättchen. Mit dem könnt ihr einmal pro Partie die gesamte Auslage der Karten abräumen, also von der Standardauslage, und durch neue Karten ersetzen. Damit könnt ihr entweder Karten, die ihr den Gegnern nicht gönnen wollt, abräumen, wenn zum Beispiel der gute alte Kwisar Zadrach draußen liegt. Ihr wisst, jemand anders wird ihn für euch bekommen. Dann könnt ihr ihn hiermit entfernen. Oder wenn ihr mit der Auswahl nicht zufrieden seid, wenn es zu eurem Aufdeckzu kommt, dann könnt ihr auch einmal die komplette Runde erneuern. Aber wichtig, wie gesagt, einmal pro Partie. Bei drei bis vier Spielern natürlich dann trotzdem noch eine ganze Menge mehr Kartendurchlaufpotenzial. Und vielleicht für die Leute, denen die Auslage zu statisch war, ja auch eine schöne, hilfreiche Sache, um mehr Dynamik in die Auslagengeschichte zu bringen. Lasst euch von dieser relativ kurzen Beschreibung der neuen Mechaniken aber nicht ins Boxhorn jagen. Ihr bekommt hier eine ganze Menge mehr. Und das Spiel wird wirklich dadurch verändert. Eine andere Dynamik entsteht. Die Möglichkeiten an Strategien werden nochmal spannender, interessanter. Und zwar ohne, interessanterweise, die Spielzeit groß in die Länge zu ziehen. Abgesehen vielleicht davon, dass ihr ein bisschen länger überlegen müsst, gerade am Anfang. Denn jetzt zwei Karten kombinieren zu können, wodurch sich die Varianz an Karten-Effekten, Kombinationsmöglichkeiten auf dem Board nochmal erhöht. Das Ganze bedeutet ganz andere Dynamiken für den Deckbuilding-Aspekt. Denn wenn ihr von den fünf Karten, die ihr zieht, dann teilweise zwei gleichzeitig ausspielt, bleibt logischerweise weniger für den Aufdeckzug übrig. Außer die Karten haben das irgendwie kompensiert, was längst nicht jede der neuen Karten tut. Mein persönliches Fazit ist, Dune Imperium Immortality ist eine sehr gute Erweiterung, die das Spiel sinnvoll erweitert. Lasst euch von der relativ kurzen Erläuterung der neuen Mechaniken nicht ins Boxhorn jagen. Die verändern das Spiel schon deutlich. Ihr bekommt neue Wege, euch durch die Partie zu kämpfen und die Jagd auf 10 bzw. 11 Punkte durchzuführen. Und allein die Tatsache, jetzt zwei Karten miteinander kombinieren zu können und aus zwei verschiedenen Reihen mit verschiedenen Ressourcen Karten erwerben zu können, ändern eure strategischen Überlegungen grundlegend und öffnen euch ganz neue Wege. Das soll jetzt nicht wie eine pure Werbung klingen. Es ist aber einfach so, dass das Spiel wird durch diese neuen Mechaniken nicht wirklich länger. Es bleibt gerade heraus, Jagd auf die 10 Punkte. Es geht ungefähr genauso lange. Ihr könnt jetzt, eher geht es ein bisschen kürzer, sodass es auch die Variante gibt, auf 11 Punkte zu spielen und die Überlegungen, die Karten miteinander zu kombinieren, was man erwirbt, wodurch man bestimmte Agenteneffekte auf ganz neuen Feldern auslösen kann oder in einem Zug viel mehr an Sachen auslösen kann, wodurch es eventuell weniger wichtig ist, sich auch den Schwertmeister zu holen, was ja sowieso schon immer nicht 100% nötig war, um eine Partie zu gewinnen. Das ist wirklich schon eine sehr tolle Sache. Und ich habe auch schon einige Partien mit Rise of X in Kombination gespielt und muss sagen, das ist eben die definitive Art für mich, das Spiel zu spielen. Mit beiden Erweiterungen drin ist es natürlich eine Ecke komplexer als das Grundspiel. Ich würde mit Leuten, die das Spiel noch nie gespielt haben, zuerst trotzdem ein, zwei Partien des Grundspiels erst spielen. Aber Rise of X beseitigt die Schwäche der etwas langweiligen grünen Felder, die sich um den Landsgrad drehen und das auch etwas langweilige Spice in Geld umtauschen durch interessante Mechaniken mit den Tech-Plättchen und ihren dauerhaften Effekten und auch eben der Handelsleiste. Es gibt der Raumfahrer-Gilde ein bisschen mehr Wumms als Fraktion, bei der man hochgehen möchte. Und die Bene Tlylaks ändern halt gerade den Deck-Building-Aspekt nochmal und bringen da eine neue zusätzliche Tiefe rein. Und wie gesagt, alles ohne das Spiel groß in die Länge zu ziehen, um zu verzögern. Also wirklich, wirklich eine schöne Sache. Beides zusammen mit dem Grundspiel fühlt sich sehr, sehr rund an, sodass ich auch jetzt aus dem Stand nicht sagen könnte, was man da noch als dritte Erweiterung brauchen könnte. Die wird uns wahrscheinlich trotzdem erwarten, je nachdem wie gut sich das natürlich verkauft. Ich würde aber sagen, so haben wir hier ein Produkt, da haben wir ein tolles Spiel auf einem ordentlichen Kennerniveau, vielleicht jetzt einen Ticken höher in der Komplexität als nur das Grundspiel, aber gut runterspielbar. Weiterhin einer meiner absoluten Favoriten und Immortality wird ab jetzt immer fester Bestandteil meiner Partien sein. Dann sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen dabei, eine Entscheidung zu treffen und würde mich freuen, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehen würde. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. –